Stellen Sie sich vor, Sie wollen eine Windkraftanlage umsetzen, also Windräder bauen. Und Sie erwerben den Grund, Sie stellen das Projektteam zusammen, Sie machen die ganzen Vorerhebungen, das Landschaftsbild wird beurteilt, der Vogelflug wird beurteilt und dann reichen Sie das UVP-Projekt ein und dann führen Sie die UVP-Verhandlung durch und irgendwie läuft alles glatt und Sie denken, jetzt komme ich zu meiner Genehmigung und dann bekommen Sie einen negativen Bescheid, weil die Behörde sagt, naja, eigentlich überwiegt das öffentliche Interesse im Landschaftsbild und die Anlage ist doch nicht so wichtig. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Martin Niederhofer von der Umweltrechtskanzlei Niederhofer und Partner mit Sitz in Wien, Salzburg und Graz. Und dieses Thema, das wir heute ansprechen, ist die Interessenabwägung, die in verschiedenen Einzelmateriengesetzen sozusagen implementiert ist. In den Naturschutzgesetzen finden wir das. Wir finden das aber auch im Forstgesetz, wenn es um Rodungen geht. Wir finden das auch im Wasserrechtsgesetz, insbesondere wenn es um die Umsetzung von Kraftwerksprojekten und Eingriff in die Gewässerökologie geht. Und was meine ich damit mit dieser Interessenabwägung? Das ist ein kompliziertes Ding. Stellen Sie sich vor, in die eine Waagschale gibt die Behörde rein, was alles für das Projekt spricht. Ja, also gerade bei den erneuerbaren Klimawandel, erneuerbaren Ziele, CO2-Reduktion. Ja, das kommt in die eine Waagschale rein. In die andere Waagschale kommt aber rein, was sozusagen an Eingriffen passiert. Eingriff in den Naturhaushalt, in das Landschaftsbild, in die Gewässerökologie. Ja, soweit ist das ja noch irgendwie handelbar. Jetzt habe ich diese zwei Waagschalen angefüllt. Aber jetzt muss die Behörde entscheiden, und zwar im Rahmen einer Wertentscheidung, was wichtiger ist. Ja, was überwiegt jetzt? Und diese Wertentscheidung, das ist eigentlich der Knackpunkt. Das ist eine subjektive Entscheidung der Behörde. Die muss man zwar gut begründen, aber es ändert nichts daran, dass das eine subjektive Entscheidung ist. Der Behörde, des jeweiligen Juristen oder Juristin oder der Landespolitik, man weiß es nicht genau. Ja, und das ist bei den Erneuerbaren durchaus ein Knackpunkt, weil die Erneuerbaren, egal ob es ein Windrad ist oder eine Photovoltaikanlage oder ein Wasserkraftwerk, die greifen ja immer in den Naturraum ein. Und diese Interessenabwägung, die kommt erst ganz am Schluss des Verfahrens. Das ist sozusagen der große Showdown zum Schluss. Und ich glaube, wenn wir hier weiterkommen wollen, dann müssen wir hier eingreifen in die Interessenabwägung. Wir müssen festlegen, dass ein besonderes öffentliches Interesse für diese Projekte spricht. Wir müssen eventuell das Landschaftsbild ausklammern bei der Betrachtung und Minderungsmaßnahmen als solche auch noch berücksichtigen.